Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Bitte verschonen Sie uns mit diesen Codenamen. So eine Kinderkacke. Aber es klingt doch total hip. Nun, wie sein Name schon sagt, lupt der Brumbeer hauptberuflich durch ein Zielfernrohr. Einleuchtend. Äh, schön, Sie kennenzulernen. Ja. Er hier ist ein Elf namens Kusak und Nisho. Sein Codename, Analyzer. Nenn mich unter keinen Umständen Analyzer. Hab verstanden, Nisho. Es ist mir eine Freude. Wenn du irgendwelche Infos brauchst, frag einfach den Analyzer. Ja, er hat mehr Beziehungen als DiCaprio. Den Spruch muss ich mir merken. Spruch hin oder her. Komm erst zu mir, wenn bei dir Land unter ist. Hast du verstanden? Dort haben wir Akane Shikisai. Ihr Codename Samurai. Nenn mich so, wie es dir am leichtesten fällt, Kleiner. Willkommen in unserem Country Club. Shikisai. Es freut mich sehr. Man sieht's ihr vielleicht nicht an, aber sie ist eine Vampirin. Mit scharfen Zähnen und einem scharfen Schwert. Cool, was? Sorgen Vampire, nicht Blut? Und mein Name ist Belmer Sank. Mit dem coolen Codenamen Ninja. Also, die ist doch noch minderjährig. Für Hormonkuli spielt das Alter keine Rolle. Wir werden von Geburt an als volljährig betrachtet. Und deshalb verlange ich von dir etwas mehr Respekt. Haben wir uns verstanden? Ja. Vergiss nicht, du hast es hier. Mit einer Ninja zu tun. Sprengt die dann von Dächern, oder was macht sie hier? Nicht ganz. Sie ist eine Ninja, was technische Angelegenheiten anbelangt. Sie fuchst sich überall rein. Fuchs, Fuchs. Äh, na? Und am liebsten mit Drohnen. Tja, ich bin hoch erfreut. Und last but not least hier drüben, das ist die Chinosee. Sein Codename, Charisma. Charisma? Nenn mich noch einmal so und ich zeig dir den ersten Platz in der Trittparade. Und frag nie nach meinem Vornamen. Hä? Wie heißen sie denn? Treib's nicht so weit. Unser Neuling hier heißt Seiji Nanatsuki. Und sein Codename lautet Rookie. Was soll das denn für ein Codename sein? Wie, magst du ihn nicht? Der Name war mein Vorschlag, Flachzange. Ja.